Nennen Na 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 Gehen sie weg Ja, vielleicht solltest du doch Noch erst den Panzer holen Und dann Polizei machen Solltest du den ersten Zahnarzt aufdrehen und nicht mit dem Panzer machen? Wollte ich das? Kann ich auch machen, ne? Kann ich mir da jederzeit besorgen Hm Wir haben für eine Möglichkeit Hey, yo, 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 yo Tick Das ist so geil, ne? Tick Tick Ich trigger sie alle zum runterfahren Das ist der Hammer Diese KI, ey Okay Yo, 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 yo Hallo Oder, äh, ich wollte, dass Aber dein Leben M-Nalk-Zeit Nicht schlecht, mal Zeit Nur zwei Stunden, dann Xenoverse 2 Gibt's das schon? Gibt es sowas? Wusste ich nicht Lalalala Da find' mir in der club Da-da-da-ba-da-ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Ja, deine Mutti hat Flashbacks, Alter ach so jetzt darf ich ihn wieder abholen ich habe den sinn dieser mission verstanden ich würde gerne rüber springen danke ich hatte die amerikaner die konnten das schon am montag spielen ich habe sechs sterne so hoffen wir mal dass die brücke auch jetzt unten ist weil sonst wäre das echt blöde ja ich glaube ich habe pech gehabt mein wagen ist echt langsam jetzt nur so sagen darf nein buff das ist ärgerlich nein oh gott ist das grausam well dann laden wir halt noch mal neu ne sechs sterne hat mir übrigens gt alle bis jetzt im psp emulator holt ok ich würde wahrscheinlich die hol dir den panzer oder auch nicht soll ich mir da den panzer holen ich bin noch eine mission ja ich kann doch einfach wieder rampage machen oder nicht aber wie viel ist gleich am versteck was soll ich sagen ich würde wahrscheinlich dann die ps2 version spielen ich glaube ich spiele sie erstmal privaten spielstern also leeds play ist vielleicht dann aber ich spiele erstmal by city und san andreas san andreas wird mich glaube ich töten ich habe allein für die hauptmiste und 32 stimmen gebraucht ich meinte ja nur falls du vergangen solltest dass es sich trotzdem lohnt wunderschön wunderpöhn super einfach ok ja dann mache ich das dann halt aber ich ja das machen wir dann nächstes mal also nächstes mal die polizei dieses mal holen wir uns noch den reno am besten was dann anders werde ich auch helfen aber ich würde es wahrscheinlich eher als let's play machen und nicht als stream vermutlich vermutlich an wo mann der greas der wir na wir m halb schweiba Und alles frisch bei euch. Jo, jo, ich bin ein bisschen müde. Ich bin aber immer müde, von da passt das. So, wie mache ich den Bullshit hier? Freut mich aufs Wochenende. Tim, der krasse Student, kommt nämlich nach Hause. Ja, hier. Und ich habe mal gefragt, ob wir irgendwas unternehmen wollen. Das Lustige war ja, er war am Bahnhof, er hatte nur noch 1% Akku. Und ich habe jetzt seine Antwort nicht mehr gekriegt. Okay, jetzt die Kopf vom Lager. Hu, ha, ist weg. So, wo ist der fucking Tunnel? Sag mir das bitte. Oder du, weil ich weiß es nicht. Loot steht da sogar drauf. Geil. Lootbox! Shake it up. Ich sage immer all night, ich weiß auch nicht. Shake it up. All night. perché es dann nachsicht. Oh, no. Der Tunnel ist direkt neben der Brücke. Brücke. Wahrscheinlich total offensichtlich, sodass ich ihn nicht sehe. Macht Sinn. Wow, cool halt. Unten neben der Brücke, oder was? Egal, ich fahr trotzdem unten lang. Ah, nee. Ah ja, doch. Das ist der Tunnel. Sehr gut. Ich weiß aber nicht, wo ich hin muss. Wann kommen die GTA 3 Speedruns? Nächste Woche. Guck dir den Anfang des Streams an. Da habe ich einen Speedrun gemacht, nämlich in Garage füllen. Oh, ich bin irgendwo aufgebockt gerade. Ich wurde verhaftet. Ach Gott. Wo soll ich hin? Hilf mir. Wo soll ich damit hinfahren? Holy shit. Jetzt fangen gleich wieder die Beleidigungen an, weil das einfach nur übel schwer ist. Achso, übrigens, ne? Ich habe schon mal vor langer Zeit die letzte Mission in GTA 3 gesehen. Ich weiß, dass das die absolute Hölle ist und ich da wahrscheinlich extrem rumschreien und weinen werde. Aber ich werde es schon immer hinbekommen. Dass man da gleich spawnen und einfach von, glaube ich, 35 Tüten gleichzeitig angeschossen wird. Es gibt einen Noob-Trick, aber das heißt, sag mir den Noob-Trick. Wenn es kein Glitch ist, nehme ich ihn. So Glitch geht ja noch, aber kein Cheat. Beides Weihnachten. Ich darf das singen. Ich freue mich ein bisschen auf Weihnachten. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was ich mir wünschen soll. Ich habe noch genug Spiele. Ich habe auch noch theoretisch genug Filme, die ich auf Netflix gucken kann. Das ist nicht einfach. Ich kaufe mir einen neuen Fernseher, aber das ist zu teuer. Geht's mit rein? Danke. Kannst selber drauf kommen. Achso, Polizeisterne sammeln. Ja, natürlich, Polizeisterne sammeln. NES Mini, was? Was soll ich mit dem NES Mini sein? Shake it, shake it, shake it. Ab und halt. Worum geht es eigentlich in der Mission? Ich habe keine Ahnung. Ich habe eben nur so Hyps zugehört. Mal wieder. Tut mir leid, ich bitte war so unkonzentriert. What the fuck, als ob der schon explodiert. Ja, irgendwie, dass man das jetzt, keine Ahnung, hätte gesagt so, ja, hier, na. Na, wenn man etwas mag, dann wollen jetzt andere einen wieder abschwatzen. Keine Ahnung. Döp, 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 döp. Ich wünsche dir Geld und hole dir bei Release die Switch. Zu teuer. Ich habe schon überlegt, mir als Vordings, äh, Zelda zu wünschen für Wii U. Ich hoffe, dass ich schon mal sage, ihr, hey, ich wünsche mir das schon mal. Was sind die Schlüsselelemente in der bisherigen Story? Sprengung der Callahan Bridge. Catalina. Mord, Totschlag. Mafia. Ja, und was sind die Vorteile einer Gangschaltung? Das habe ich bis heute nicht verstanden. Was macht eine Gangschaltung besser als ein Automatikauto? Meine Mutter hat ja ein Automatikauto, womit ich halt so einigermaßen oft, naja, ab und zu mal gefahren bin. Das war einfach viel geiler. Guck mal, da bin ich jetzt wieder mehr drin. Ich wohne mit Polizeisternen, ey, ihr könnt mich alle mal am Arsch lenken. Also Beschlechungsdinger. Kommt eh am 4.3., von daher. Einen Monat später habe ich schon Geburtstag. Dann kann ich mir ein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk wünschen. Boah, ich frage mal, ob ich das kann. Wünsche ich mir das vorher und dann desplee ich das gleich zum Release. Warum muss ich das nicht mal so kacke betonen? Desplee. Alter, voll der gute Plan. Die Switch. Alter. Ist ja gerade. Der ist gerade explodiert. Holy macaroni. Dad boy. Geht weg. Ich bin gar nicht dad boy. Ich bin old boy. Ich versuche mich sogar schon wieder hier, die Kolumbianer zu töten. Das Kartell. Motherfucker Alter, wie der einfach alle Autos sagt, du dir nicht die ganze Zeit Geld kriege Hammer geil Ha! Geht nicht Nice Ist dein Führerschein legal? Ich glaube schon Oh Gott Wie zum Teufel soll ich denn die Bullen loswerden? Oh mein Gott Ist auch ein Countdown, sehe ich gerade mal so Was soll mir denn dieser Countdown sagen, bitte? Dann explodiert mein Wagen einfach Ah, yo Yo Genau Ja, ich sterbe, weil der brennende Polizeiwagen mich reinfährt Was ist das denn für eine scheiß Mission? Oh mein Gott Soll jetzt die Bullen nicht loswerden? Ja, ich sollte da von diesem Punkt weglocken, glaube ich Ist doch behindert Ohne Kacke jetzt Drecksmission Ich nehme den Wagen, nehm ich doch nicht Okay Da muss erstmal Leute dafür dran glauben, ey Äh Kennste Flughafen? Hab ich schon mal von gehört Ich will Nebenmissionen machen, das macht mehr Spaß Ich will nochmal die Garage füllen Ich glaube, ich würde sogar sagen Ich mach das, ähm Ja, okay Ich fahr zum Flughafen Ist ja okay Ähm, was wollte ich gerade sagen? Boah, mein Gehirn ist wieder so Matsche Alter Warte ich denn da Haben wir dann die gleiche Idee mit dem Flughafen? Vermutlich Was wollte ich gerade sagen? Mein Gehirn ist wieder wie so ein Sieb, ey Ich hasse es Ohne Witz, ich hasse mein Gehirn Weil es nicht richtig funktioniert, glaube ich Steig ein, du Typie, ne Wenn ich jetzt fest Ich hab die Nase voll von diesem Spiel gerade Ohne Witz Ich krieg's wieder richtig Oh Ich kann auch immer nur die gleichen drei Worte sagen Herpes, Krebs oder Plag Krieg's wieder gleich Hepatitis B dabei So, meine Fresse Oh, weißt du Ich lauf rum Das ist dir böse egal Ich schläg in ein Auto ein Dann wär ich verhaftet Aha Okay Fuck Logic Deine scheiß Mutter Einen coolen Weg gefunden hat Gefällt sich Schmerzen Aber beim Akku brauchen wir einen Zahn Und bei der nächsten D-Mission Musst du mit dem Dodo In sein Hochhaus fliegen Und ihn töten Spaß Ich freu mich auf Weiß-Tity Das Spiel ist wie cooler Der hat keine Bürgerwehr-Mission Zum Glück starte ich die Bürgerwehr-Mission Nicht mit dem normalen Plus-Knopf Dann würde ich nämlich Anletts Play aufnehmen Nein Würde ich gar nicht Weil ich hab das Programm gar nicht Kommt läppig hier wieder Aber die Mission die danach kommt Kann eine Anspielung drauf sein Ich glaube ich werde mich danach Der Mission aber sofort schon mal um den Panzer kümmern Weil das wird sowieso wieder Jahre dauern Bis ich den habe Das würde ich halt gern heute nur machen Das wäre echt so cool Ich war ja am Anfang schon produktiv Ich hab ne Garage gefüllt Ich hab Feuerwehrwagen abgeschlossen Ich hab eine Mission geschafft Aber gleich zwei In zweieinhalb Stunden zwei Missionen schaffen es echt wenig Na gut Jetzt bin ich ja nicht unten Das war sehr produktiv Hust Das ist ganz allein deine Schuld Du hast mir gesagt was ich machen soll Ich find das auch schön wie dieses Radar unten links einfach so breit gezogen ist Das Spiel läuft halt in 16 zu 9 Aber die ganzen Anzeigen sind glaube ich echt Von 4 zu 3 auf 16 zu 9 gestretched worden Ist halt ein bisschen komisch Jetzt merkt man ja echt an den Straßen Dass die viel länger werden Wenn ich nach links fahre Oder nach rechts Je nachdem Naja Ich gebe nur Empfehlungen So wie die Autokorrektur Die Autokorrektur ist auch kacke Also Deabonniere mich Oder Entfolge wir Heißt es auch Will ich folgen Ja Okay jetzt die Kopf vom Lagerhaus Weg Was denn für ein Weg Okay Irgendwer brennt da denn schon wieder Oder es war ein Heli Ich bin mir nicht ganz sicher So ich nehme jetzt meinen Geheimheitsweg Den ich jahrelang ausgetüftet habe Nämlich hier unten lang Den noch kein Mensch vorher gekommen ist Oh Gott nein Ja Nein Hä Ja Genau 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 Das ist Physik Das ist Physik Leute Ja Aha Fuck off Ey ich habe keinen Bock mehr Auf diese Mission Die geht mich schon wieder richtig auf Pferze ey Kackdrecks Mission Ich hasse es wenn ich mich aufrege Weil ich immer die gleichen Wörter benutze Wenn ich mich aufrege Ich sage kackdrecks Ich sage das gibt mir Irgendeine Krankheit Ah ne ey Ich kann meine eigene Stimme nicht mehr hören Ich glaube ich will auch in this place Tschüss Tschüss Mach was anderes Nee Ich werde es jetzt schaffen ey Ihr könnt mich alle mal im Arsch legen Ich scheiß auf den Panzer Er kann warten Hört ihr das Hey was ist mit dieser Physik in dem Spiel los ey Macht überhaupt keinen Sinn ey Alter Ich fahre mit Bordstein Und fliege einmal durch Liberty City Nach Vice City Meine Fresse Mich würde es echt nicht wundern Wenn ich einfach mal irgendwann so einfach Durch die Gegend fliege Dass ich einfach in Vice City wieder aufwache Meine Fresse ey Am besten auch noch in 19 Bis und 80 Wann auch immer GTA Vice City gespielt Keine Ahnung Weil ich von der Zeit zurückgreifst bin Weil ich so schnell war Meine Fresse Das macht keinen Sinn Ich weiß Meine Hackfresse So langsam reicht es denn auch mal Ne 19 86 Okay Leute überfahren Das mag ich So Jetzt ist es raus Ihr fragt euch was ich den ganzen Tag mache Wenn ich nicht gerade zocke Da wisst ihr es Liberty Soul FM Gibt es den Sender überhaupt Kann mich gar nicht erinnern Den Sender gibt es gar nicht Die haben gelogen Die Dreckschweine Point of no return ey Yeah Yeah Push her to the limit Push her to the limit Vielen Dank.